Moin Moin! In diesem Video gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Möglichkeiten der Online-Pinnwand SH oder kurz OPSH. OPSH ist ein Angebot des IQSH, das Schulen des Landes Schleswig-Holstein für ihre unterrichtliche Arbeit zur Verfügung steht. Sie kann von überall aufgerufen werden, sofern ein Zugang zum Internet vorhanden ist. Benötigt wird nur ein Endgerät wie ein Notebook, ein Tablet oder ein Smartphone und ein darauf installierter Browser. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann es losgehen. Auf einer Pinnwand lassen sich Notizen hinzufügen. Die Notizen können zum Beispiel Text enthalten, Links zu anderen Internetseiten, Bildern oder Videos. Auf diese Weise lassen sich unterschiedlichste Themen visualisieren oder Informationen verfügbar machen. Zum Beispiel in Form einer Materialsammlung, eines Wochenplanes, eine Aufgabensammlung. Oder man setzt eine Pinnwand zur Präsentation von Unterrichtsergebnissen ein, erstellt eine Mindmap oder führt eine Schreibkonferenz durch. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Eine Pinnwand lässt sich alleine nutzen oder sie kann in kollaborativer Arbeit gemeinsam mit anderen eingesetzt werden. Die Online-Pinnwand SH präsentiert sich in drei möglichen Varianten. Der Tabelle, der freien Oberfläche und dem Stream. In der Tabelle sind die Notizen in Spalten organisiert. Es lassen sich jederzeit Spalten hinzufügen oder löschen. Die einzelnen Notizen können innerhalb oder zwischen den Spalten verschoben werden. Auch die Reihenfolge der Spalten selbst lässt sich verändern. Auf der freien Oberfläche können die Notizen beliebig platziert und verbunden werden. Ein Stream besteht im Grunde aus einer Tabelle mit nur einer Spalte. Hier liegen die Notizen also in einer Liste von oben nach unten. Pinnwände können durch Lehrkräfte des Landes Schleswig-Holstein erstellt und verwaltet werden. In einem separaten Video erkläre ich die weiteren Vorgehensweise. Ist Ihr Interesse geweckt? Dann informieren Sie sich auf der Homepage der Medienberatung des IQSH genauer über das Angebot. Projekt Ein Was wir Wir nicht